Was ist die Botschaft, mit der Herr mich zu euch in München gesandt hat? Kostbares Volk Der Herr hat mit mir gesprochen über das Kommen des Messias So hört euch das jetzt an Im Mai Am 7. Mai sah ich die Vision des Herrn und der Herr kam zu mir und hat über diese gleiche Sache mit mir gesprochen Diese eine Sache, die jetzt genau wichtig ist über das Kommen des Messias Und was hat der Herr gesagt? Lass es mich dir beschreiben in dieser Vision Hat der Herr mich über die Erde erhoben und ich war auf meinem Weg in den Himmel Als ich zwischen dem Himmel und der Erde war Als ich meine Kleider ansah Dann habe ich gesehen, es wurde verherrlicht, es wurde transfiguriert Aber jetzt Aber wie diese Kamera, meine Kleidung wurde noch Super glorious So herrlich wurden meine Kleider Zwischen Himmel und Erde geschah das Schaut euch das jemand Und dann Und dann Und dann habe ich realisiert, ich bin in den Himmel hineingetreten Aber ich war nicht im Himmel Denn als ich diesen herrlichen Tempel des Herrn im Himmel sah Dann habe ich von oben herab geschaut und ich habe das Dach und Fenster gesehen Und von dem Dach aus habe ich es gesehen Und das war, wo ich wusste, dass ich über den Himmel bin Aber am wichtigsten ist dieses Das andere, das ist egal, das ist vor der Entrückung Also lass mich das wegnehmen nach der Entrückung Lass mich auf das Wichtigste fokussieren Wenn er mich von der Erde hinweg nahm In den Himmel Lass mich das nochmal wiederholen Dieses hier Er nahm mich in den Himmel Und dann sah ich meine Kleidung Und sie waren so herrlich Und das andere ist nach der Entrückung was geschah Aber hört euch das jetzt bitte Ich möchte mich auf diese herrlichen Kleider fokussieren Und wo er mich nahm Und mein Strahlen Es war verherrlicht Das war die erste Vision, Nummer zwei Kann ich zu dem zweiten gehen? Ich fokussiere mich nur auf die Kleidung Also am fünften Mai Da war ich in einer Vision Und ganz plötzlich öffnete sich der Himmel Und eine gewaltige Herrlichkeit des Herrn kam vom Himmel herab Schau dir das an Und die Herrlichkeit sie traf den Boden Und wenn die Herrlichkeit den Boden traf Es wurde so herrlich der Boden Ich habe sowas noch nie gesehen Diese Herrlichkeit Aber diese Herrlichkeit war wie ein Tornado Und von wo ich stand Wo ich versucht habe diesen Tornado anzuschauen Dann habe ich gesehen in diesem Tornado war ein anderer Tornado Und noch einer, noch einer Und es ging bis in den Himmel hinein Und dann nach einer Zeit Es erhob Und die Herrlichkeit ging Und als es hinab auch ging Und ich sah Menschen da drin In ihren verherrlichten Körpern Und ich gehe Schritt für Schritt Lass mich jetzt zum vierten Mai gehen Also das Ziel ist das Kleidungsstück Das war der fünfte Mai Und jetzt der vierte Mai Und wieder kam die Herrlichkeit Und du realisierst, ich gehe nach hinten Das erste Mal es hat den Boden getroffen Wurde so herrlich Und hat Menschen mit in den Himmel genommen April 4, 2011 Aber jetzt April 4, 2011 Der Herr öffnete den Himmel Und dann habe ich diese Herrlichkeit betrachtet Und wo ich noch sehr sorgsamer schaue Und ich habe realisiert, es war nicht nur die Herrlichkeit Es war auch eine herrliche Kleidung Ein anderer Ort April 4, 2011 Und ich gehe jetzt zurück 29. Juli 2009 Ich gehe zu einer Erweckungsfeinstellung nach Venezuela Um dieses Kommen des Messias zu ankündigen Und dann sind wir an den Flughafen in Johannesburg angekommen Und mussten warten Und dann musste ich auf dem Boden schlafen 24 Stunden für den nächsten Flughafen Der nächste Flughafen Und manchmal Musst du auf dem Boden schlafen Damit du erfüllst Wonach sich Jesus auch fühlte Wo er auf den Felsen von dem Berg der Oliven war Und auf diesem Ort In Mitte von diesem Flughafen In Johannesburg Und sehr viele Menschen gingen vorbei Und dann hörte ich alles, was sie gesagt haben Sie haben gesagt Ist das der Mann Gottes? Wow, das ist er Ich habe alles gehört In Mitte von diesem Flughafen Und sie haben es gesehen, was da geschah Und da habe ich dann die Vision des Herrn Das ist unglaublich Ich weiß nicht, ob ich das in der Präsidensio-Suite Intercontinental Hotel Ich weiß nicht, ob ich das in der Präsidensio-Sahuna Im Hotel Gym Private Aeroplane In einem privaten Flugzeug Ob ich es da gesehen hätte An diesen Orten Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir nur diese Frage Aber wie auch immer Was ich sah Die Stimme sagte Schaut, wer da kommt Und ich erinnere mich an dieser Vision, wo ich da unten war Als ich sah auf meine linke Seite Dann sah ich dieses fadene Pferd Dieses fadene Pferd Das war sehr groß Mit einem Reiter und wie eine Wolke, die dunkel war Wie als ob ein Sturm sich ankündigte Und dann Und dann Das Teil Ich werde ich nicht teilen Denn ich sah ihn Er ging über die ganze Erde Und das ist das Wort über diesen Blut vergießen Was ich gab Diese Prophetie in der arabischen Welt Jetzt ist es in Syrien Now ist es in Syrien It started from Tunesia Von Tunesien hat es angekommen Egypt Ägypten Libya Libyen Yemen Bahrain Now it is in Bahrain It is in Syria Und nun ist es in Syrien That part is okay I want to focus on a second part Das ist okay Aber ich möchte mich um ein Teil Konzentrieren Um das Kleidungsstück Und der zweite Teil dieser Vision Wo der Herr mich aufgehoben hat Von woher aus ich dieses Ganze gesehen habe Dann kam der zweite Teil dieser Vision Und in diesem zweiten Teil Und ich sah auch die Gemeinde Und letztendlich sah ich die Gemeinde Als sie den Himmel eingetreten hat Das war das erste Mal Dass ich die Gemeinde drinnen sah Ich habe gesehen wie der Herr die Gemeinde genommen hat Öfters Aber ich habe niemals gesehen Die Gemeinde innerhalb des Himmels Diesmal war sie in den Himmeln Und ich war schockiert Das erste Mal sah ich die Gemeinde Sie hat vor den Herrn angebetet Und als sie anbetete Das Kleidungsstück das sie traf Darauf konzentrieren wir uns jetzt Sie hat ein langes weißes Kleidungsstück getragen Und diese Kleidung ging bis nach unten Und ist ein bisschen da auf den Boden gegangen Aber sie haben angebetet Vor den Thron Als ich zuhörte Es war der süßeste Anbetung Die ich jemals gehört habe Aber was meine Aufmerksamkeit gegriffen hat Als sie angebetet haben Sie haben in einen Klang angebetet In eine Richtung wie dieses Und dann kamen sie zurück Wenn sie zurückgekommen Sie kamen alle zusammen Es war unglaublich Und das war wirklich gewaltig Was da geschah Wo sie wieder hin und her kamen Aber das Kleidungsstück das sie trugen Aber das Kleidungsstück das sie trugen Erinnern dich wo sie die Richtung veränderten Hat sich das Kleidungsstück auch bewegt Die Herrlichkeit Gottes Wie diese von den Kamerern Diesen Blitzen Es waren tausende von diesen Kamerablitzen Wie dieses Es hat geblendet wie tausende von Kamerern Die Herrlichkeit von den Kleidungsstück Von der Braut Christi Und dann Sie haben angebetet wie dieses Das ist eine andere Vision Soll ich da aufhören Denn das ist eine junge Gemeinde hier Also hör zu kostbares Volk Was sagt der Herr Denn ich bin hierher gekommen Um über diese Ehebringe zu sprechen Und diese schöne Vision Von der Hochzeit von den Lamm Gottes Aber wir haben gesehen Damit wir das auch diskutieren können Da ist eine Botschaft an die Gemeinde Über die Kleidung Und der Herr sagt Dass wenn der Himmel bereit ist Was du in der Gemeinde tust Du sollst deine Kleidung vorbereiten Das ist die Botschaft die von hier ausgeht Aber hört euch das jetzt an Du siehst in dieser Vision Die herrliche Kleidung Das wo das fallene Pferd kam Und die Gemeinde anbetete Ich war auch etwas verwirrt Als ich aufwachte Die waren auf der gleichen Vision Dann wusste ich nicht Was kommt vor den anderen Also es war eine Vision Aber zwei Teile Ich wusste nicht Was vor den anderen kam Also geht es erst um Dies Blut vergießen Oder kommt erst die Entrückung Aber wie auch immer Es geschehen wird Aber diese Blut vergießen Wir werden es sehen Das Blut vergießen Das sehen wir jetzt Dieses Blut vergießen Now the second part Of that vision Has not yet been fulfilled Also der zweite Teil Von dieser Vision Der hat sich jetzt Noch nicht erfüllt Are you ready? Bist du bereit? Again Nochmal The second part Is not yet fulfilled Also der zweite Teil Der hat sich noch nicht erfüllt What will you do? Also was wirst du tun? Halleluja Halleluja Aber hör sehr sorgsam zu Der Herr sagt dies Die Zeit ist vorbei Was auch immer du tust Als eine Gemeinde Und ich bin so froh heute Weil ich weiß Dass du sicherstellen wirst Dass du dich vorbereitest Was auch immer du tust Als eine Gemeinde Es sagt dies In whatever you do Make sure you first consider Also dass du zuerst bedenkst Also was für die Ewigkeit Daraus entspringen wird Also stell sicher In whatever you do Dass deine Ewigkeit Zuerst kommt Deine Kleidung Zuerst Denn der Herr hat heute Sehr viele Dinge erwähnt Die Menschen werden anfangen Die Leben zu verändern Es ist alles Es ist alles Das du es nimmst Denn der Herr hat sexuelle Sünde Angesprochen Er hat Falschheit Angesprochen Lügen Perversion Er hat jede Art von Ungerechtigkeit im Haus Angesprochen Auch Korruption Also der Zweck Warum ich das erwähne Das ist wenn du hörst Dann wirst du das Dann wirst du dich vorbereiten Um in den Himmel zu gehen In einer anderen Version Der Herr hat mir die Uhr im Himmel gezeigt Der Himmel hat sich geöffnet Und die Herrlichkeit kam in diesen dunklen Horizont Und dann ganz plötzlich Kam eine große goldene Uhr Von Himmel Wie so Und es hat so geschüttet In dieser Art hat es Am den Eingang der geöffnet wurde Und als ich auf diese Uhr schaute Hatte ich Panik Hatte ich Panik Hatte ich Panik In dieser Vision Denn Als ich schaute Hab ich realisiert Wo ich schaue an diese Mittelfinger Ich wusste es war eine Minute bis zur Mitternacht Und so ich hatte Panik So ich hatte Panik Warum Warum Hatte ich mir gesagt Er hat mich wissen lassen Dass wenn die Mitternachtsstunde schlägt Dann kommt der Messiah So ich hatte Panik Warum Als ich schaute an diese zweite Hand Der lange Zeiger Der hat es gemacht Dass dieser Zeiger so schnell So ich bin erschüttert Und dann wachte ich auf Und dann bin ich gerannt Um die ganze Welt Bis dass ich an diesen Ort heute gekommen bin Aber was ist die Botschaft da drin Was ist die Botschaft da drin In der Vision von der Mitternachtsuhr Was ist die Botschaft an die Gemeinde in München Nummer 1 Also erinnerst du dich Wenn die Kinder Israels in Ägypten waren In der ägyptischen Sklaverei Die Kinder Israel Sie haben gelitten Bis zu einem Tag Jehova hat entschieden Nun ist die Zeit um sie zu befreien Aber als er entschied sie zu befreien Er sagt es zu Mose Geh und sage den Hause Jakobs Dass ihr Schreien zu meinen Ohren gelangt ist Und ich habe mich entschlossen sie zu befreien Aber wenn ich komme sie zu befreien Sag ihnen ich muss zur Mitternachtsstunde kommen Und wenn ich komme zur Mitternachtsstunde Da ist eine bestimmte Art Wie sie sich für diese Mitternachtsstunde vorbereiten müssen Und das ist da wo wir hingehen möchten Wie werden wir uns zu der Mitternachtsstunde Jehovas vorbereiten Und er sagt Dass die Kinder Israels In Exodus chapter 12 Also Exodus zweiter Buch Mose Vers 5 Vers 5 Today you can literally enter the kingdom of God If you want to enter Exodus 12 verse 5 Zweiter Buch Mose 11 verse 5 He says The animals you choose Must be here old males Without defect And he says And you may take them From the sheep of the God Und es sagt Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen Darin kein Fehl ist Ein Männlein und ein Jaalt Von den Schafen und Ziegen Sollt ihr es nehmen Nur das reicht aus Warum Denn der Herr hat Mose gesagt Sage den Hause Jakobs Dass wenn die Mitternachtsstunde kommt Sie müssen sich für die Mitternacht vorbereiten Und das ist die Art wie sie sich vorbereiten Also nimm das Blut von diesem Lamm Ein Lamm ohne Fehl Ohne Fehl Nimm dieses Lamm Und opfere dieses perfekte Lamm Das fehlerlose Lamm Und dann nehme Das fehlerlose Blut des fehlerlosen Lamm Ohne Fehler Ohne Fehl Ohne Fehl Ohne Fehl Ohne Fehl Ohne Fehl Und wenn die Mitternachtsstunde schlägt Und wenn die Mitternachtsstunde schlägt And sprinkle on the door frames Dann sprenkle das auf diese Tür And the door posts Auf die Tourrahmen Dass wenn die Mitternachtsstunde schlägt Wenn ich komme um Israel zu befreien I also come to strike The gods of Egypt Dann werde ich auch die Götter von Ägypten niederschlagen Aber wenn ich das Blut sehe Werde ich das Haus Jakobs befreien In dem Moment wo ich Ägypten schlage Hat jemand das verstanden? Was sagt er hier? Er sagt grundlegend hier Zwei Sachen Das erste was er sagt von dieser Vision aus Also die Vision von der Mitternachtsstunde Er sagte Dass wenn die Mitternachtsstunde schlagen wird Nichts anderes wird für den Herrn wichtiger sein Also wie viele Gemeinden du gepflanzt hast Ob du das Anbetungsteam leitest Ob du hier schon lange Zeit tanzt Diese Dinge werden nicht wichtig sein Aber nur eine Sache wird ausschlaggebend sein Wenn er das Blut des Lammes sehen wird Wenn er das Blut des Lammes sehen wird Johannes 1 Vers 29 Als Johannes sah wie Jesus kam Dann sagt er Siehe des Lamm Gottes Dass die Sünde der Welt hinfortnimmt So für uns als Gemeinde Jesus Christus von Nazareth Der Messias Er ist unser perfektes Lamm Gottes Er hat keinen Fehler Und grundlegend verkündigt der Herr hier Denn es ist wahrhaftig eine Minute vor Mitternacht Das in dieser Stunde jetzt In dieser Minute jetzt Das ist die Austeilung von dem Blut von Jesus Lass es mich nochmal wiederholen Er sagt In Europa Die Pastoren Die Gemeinde bedeckt Mit Wohlstand Mit Visum Du wirst ein Pass kriegen Deine Aufenthaltsgenehmigung werden bekommen Du wirst eine Arbeitskarte bekommen Du wirst ein Auto kaufen Ich weiß nicht, viele andere Dinge Die Gemeinde ausgestattet haben Aber der Herr sagt Dass diese Zeit ist jetzt vorbei Denn siehe die Stunde ist gekommen In der wir die Gemeinde bedecken Mit dem Blut Jesu Das am Golgatha geflossen ist Das ist die Botschaft der Mitternachtsstunde Das heißt, das Evangelium muss zurück zum Kreuz und zum Blut kommen Du musst deine Notizen verändern Wenn du die Lehre leerst, du musst sie verändern Aber für die Christen Die Gläubigen in Deutschland, München Und in Düsseldorf Der Herr, der fragt eine Frage Er sagt Hey Ever since you became born again Are you really covered by the blood of Jesus Bist du wirklich von dem Blut Jesus bedeckt Es ist sehr einfach ja zu sagen Aber das Blut Jesu Ist das perfekte, vollkommene Opfer Es ist das letztendliche, gültige Opfer Es ist das letztendliche, gültige Opfer Da ist kein anderes Opfer Und das ist warum Wenn du ja sagst Dann gehe ich mit dir zu Hebräer Kapitel 6 Verses 4-6 Vom Vers 4-6 Hebräer Kapitel 6 Verses 4-6 Von Vers 4-6 So I may see whether your yes is true yes Denn wenn ich sehen, ob dein ja ein wahrhaftiges ja ist Die Frage ist Are you really covered by the blood of Jesus Bist du wirklich bedeckt von dem Blut Jesu Are you really covered by the blood Bist du wirklich bedeckt vom Blut Das ist was der Herr heute hier fragt Er schaut die Gemeinde in München an Und er fragt die Gemeinde Er sagt Ich habe dich viele Jahre angeschaut Aber bist du wirklich bedeckt von dem Blut Hebräer Kapitel 6 Verses 4-6 Hebräer Kapitel 6 Verse 4-6 It is impossible for those who have once been enlightened Who have tasted the heavenly gift Who have shared in the Holy Spirit Who have tasted the goodness of the word of God And the powers of the coming age Und geschmeckt haben das gute Wort Gottes Und die Kräfte der zukünftigen Welt If they fall away To be brought back to repentance Because to their loss They are crucified The son of God All over again And subjecting him To public disgrace Und doch abgefallen sind Von neuem zu erneuern Zur Buße Da sie für sich Selbst den Sohn Gottes Wiederum kreuzigen Und zum Spott machen Hat jemand das gehört? Ja So wenn du ja sagst Dann frage ich dich Bist du wirklich bedeckt von dem Blut Jesu? Und wenn die Antwort ja ist Dann lass uns das lesen Also dieses hier sagt Dass Jesus wird niemals Jemals zurück zum Kreuz gehen Das ist das erste was er hier sagt Nummer zwei sagt er hier Wenn du wieder geboren bist Und vom Blut Jesu bedenkt bist Und dann gehst du wieder zurück zur Sünde Er sagt You are shaming Jesus Dann beschämst du Jesus You are putting Jesus to shame Dann bringst du Jesus in Schande Today you are born again Heute bist du wieder geboren On Monday you go to work You are talking to that man As if you are not born again Und Montag gehst du zur Arbeit Und du redest zu diesem Menschen Als ob du nicht wieder geboren wärst No Nein Salvation Errettung Of the cross Vom Kreuz Is a one way traffic Es ist eine Einbahnstraße It heads in one direction Es geht nur in eine Richtung Er sagt But when he looks at the church Of Christ in Munich Wenn er schaut Wenn er schaut Auf die Gemeinde Christi In München He hears the church Of Christ in Munich When he looks at them Und er hört die Gemeinde Jesu Wenn er auf sie schaut He hears them Crying out something very loud Und er hört sie etwas schreien Sehr laut They are saying Sie sagen Lord Herr Return him Also geh zurück Bring ihn zurück Take him back Nimm ihn zurück Return Jesus To the cross Bring Jesus Zurück Zum Kreuz They are saying Sie sagen Lord Herr Look I am born again Schau Ich bin wieder geboren Aber ich bin noch nicht von der Sünde befreit Return him Also bring ihn zurück Du musst Jesus wieder zum Kreuz zurückbringen Denn das erste Golgatha reicht nicht aus Um mich zu befreien Wenn ich komme um diese Gemeinde Deutschland zu sehen Das ist das was ich hier höre Ich höre eine Gemeinde Sie ruft zu Jehova Jesus wieder ans Kreuz zu schlagen Und sie sagen dem Herrn Dass das erste Blut ist nicht genug Und tatsächlich dass das erste Blut keine Kraft hat So bitte du musst wieder gehen Für die Gemeinde sie ruft um eine zweite Befreiung Warum? Warum sage ich das hier so? Weil Wenn du die Gemeinde anschaust Die Schriftstelle die wir in Hebräer Kapitel 6 lesen Es sagt Es wird kein anderes Golgatha geben Das bedeutet Das Blut Jesu Es hat ultimative Kraft Wenn du ein Kind von der Welt bist Und du empfängst den Herrn Und das Blut wäscht dich ein You become a child of God Dann wirst du ein Kind Gottes When you a child of darkness Und wenn du ein Kind der Finsternis bist You receive the Lord Und du empfängst den Herrn The blood wash you Und das Blut wäscht You become a child of the light Dann wirst du ein Kind des Lichtes When you a slave to sin Receive the Lord Und empfängst den Herrn Wash your blood You become a slave of righteousness Er sagt That the blood of Jesus Has ultimate power Es hat ultimative Kraft There is no higher power Da ist keine größere Kraft So if you are born again Denn wenn du wiedergeboren bist Dann deine Identität Denn wenn du da gehst Im Bus In the nightclub In the discothek Und sie sagen That when you are there Wenn du da bist And something says hey Und hier etwas sagt hey Do you remember your mother? She took you to the church She took you to the church Look how you are wasted here Schau wie du dich hier verschwendest With alcohol And when that thing twitches Und wenn das nicht verändert And you storm out Of the nightclub Und du gehst raus Of the nightclub And you begin crying Und du fängst an zu weinen Und on Sunday You are looking for church Und sonntags Du suchst eine Gemeinde You say My mother took me to church Und du sagst Meine Mutter Sie hatte mich in die Gemeinde I want church Ich möchte Gemeinde I know church Ich weiß Gemeinde I belong to church Ich kenne sie Ich gehöre der Herr I am not going back Ich gehe nicht zurück And you receive the Lord Und du empfängst den Herrn Und das Blut ist wäscht Und es sagt Wenn der Teufel kommt Wenn der Teufel kommt To look for you Und er auch nach die Ausschau Er wird dich nicht finden Und deine Identität Hat sich verändert Und es hat sich verändert Das ist das was er sagte Er sagt Das Blut hat ultimative Kraft Es kann deine Identität verändern Und der Teufel Er schaut aus Es hört nach dir Und du bist hier Aber er kann dich nicht sehen Er kann dich nicht finden So sagst du dann Für diejenigen Die durch das Blut bedeckt sind Deren Identität hat sich verändert Also sag mir nicht Sag mir nicht Du bist wiedergeboren Sag mir nicht Du bist bedeckt von Blut Also wenn sie den Zehnten einsammeln Also wenn sie die Hose haben Ist das diese Errettung Die Jesus verheißen hat Also was machst du in der Gemeinde Wieso ist Abtreibung in der Gemeinde Was machst du Dass du mit dieser Frau zusammenlebst Und du bist nicht verheiratet mit ihr Aber was tust du Du lügst Du lügst Und du sagst Du bist bedeckt von dem Blut Er sagt In den Evangelium von Matthäus 5 Also hört mir jetzt zu Vers 27 und 28 Vielleicht hast du schon gehört Wie ich sagte Dass du nicht Ehebruch begehen sollst Aber ich sag dir die Wahrheit Wer auch immer eine Frau anschaut Und Lust hat nach dieser Frau Er ist schon gefallen Sagt es nicht Also sag mir nicht Der Herr schaut nicht unsere Kleidung an Er schaut auf unsere Herzen Und ich sag dir nein Errettung ist ein Weg Eine Einbahnstraße Entweder bist du bedeckt von dem Blut Denn wenn du von dem Blut bedeckt bist Wenn das Blut dich bedeckt Wenn das Blut dich bedeckt Es transformiert dich Es transformiert dich Wenn Verstand dein Denken Also wenn du vorher gelogen hast Kannst du das nicht lachen Wenn du Alkohol getrunken hast Du kannst nicht mehr Alkohol trinken Da ist sehr viel Alkohol in der Gemeinde von Deutschen Also wenn du pornografische Filme anschaust Dann wirst du sie nehmen und zerstören Also willkommen Das ist das Königreich Gottes Ihr Staunen Nein ich musste die Wahrheit jetzt hier sagen Es muss sehr direkt gesagt werden Denn der Herr erfragt Wenn das Blut die Gemeinde in München bedeckt hat Wieso ist die Identität von der Gemeinde und der Identität von der Welt gleich? Also die Botschaft von der Mitternachtsstunde Erinnert euch da dran Also die Vision von der goldenen Mitternachtsur Gottes Es ist eine Botschaft vom Blut Und sie sagt In dieser Schriftstelle Du kannst die Gnade nicht missbrauchen Hast du das erkannt? Hast du das erkannt? In Europa die Kirche hat die Gnade die Gnade Hast du das erkannt? In Europa Sehr viel Sehr viel Everybody abuses die Gnade Sehr die Gnade missbraucht hat Viele sie missbrauchen die Gnade Don't worry Also keine Angst Keine Angst Ah This is 2013 Also das ist 2013 Und 13 hier Also hab keine Angst Es ist okay Jesus ist Liebe Die Gnade ist genug Aber es sagt Du kannst die Gnade nicht missbrauchen Entweder bist du befreit Oder du bist nicht befreit Du kannst nicht so auf einen Zwischenraum sein Also lass uns diese Abtreibung Lass uns die jungen Männer aufhören zu trinken und zu rauchen Also sie anbeten Dann nehmen sie eine kurze Pause Dann machen sie eine Zigarettenpause Also kannst du die Gemeinde aufräumen? Bist du dafür bereit? Lass uns die Gemeinde aufräumen und reinigen Alles was den Herrn nicht gebührt Das muss raus Denn genau jetzt Das Opfer muss vollkommen sein Also wenn Mitternacht Opfer ankommt Es muss ein Sacrifice Without blemish Es muss ein Opfer ohne Fehl sein Without defect Ohne ein Fehler Without mistake Ohne ein Fehler Without error Mit keinen Fehler A sacrifice Perfect sacrifice Ein vollkommenes Opfer Midnight sacrifice Ein Mitternachtsopfer So now You must polish your sacrifice Und jetzt musst du dein Opfer bringen And the only sacrifice Which is perfect Is the sacrifice Of the perfect blood Of the perfect son Of the perfect living God Also das perfekte Opfer Was man bringen kann Ist das perfekte Opfer Von einem perfekten Blut Von einem perfekten Sohn Gottes Das vollkommene Blut Von einem vollkommenen Namen Gottes Ohne Fehl Sein Name ist Jesus Denn Ein Teil von der Anweisung Von der Mitternachtsstunde Die Mose gegeben hat Er wurde gesagt Also nimm die Hefe Von dem Teig hinfort Also nimm die Hefe Von dem Brot hinfort Er sagt Bevor die Mitternachtsstunde kommt Sag den Hause Jakobs Also esse Brot Ohne Hefe Wow Wow Und jetzt die Pastoren in Europa You like presenting bread with yeast Sweet bread In Germany there are many breads Aber in Deutschland Es ist viel Brot mit Hefe Das sehr süßes Brot präsentiert Mit Hefe Aber sie sagen That when the Midternachtsstunde kommt This perfect bread Dieses vollkommene Brot Without yeast Ohne Hefe Uncompromised Word Ohne Kompromisse dieses Wort That when you preach it That when you preach it Then people begin to live Die Menschen werden anfangen To live They begin to leave the church Sie werden anfangen Die Gemeinde zu verlassen As you are preaching Während du predigst That is what he is saying here Das is what we here berichten And he is saying When they begin to live And it is time to tighten the gospel Now you can tighten it further You must go there and preach righteousness You must rebuke sin And tell them to repent Change their dressing Read the Bible Become holy Let us tighten the gospel Lass uns das Evangelium enger schnüren That the Lord may bring The God loving people That the Lord may bring The God loving people That is better to have Three families It is better to have Three families in the church Three families in the church Instead of 27 going to hell Anstatt dass wir 27 haben Die in die Hölle gehen Besser wir haben drei Die gehen in den Himmel Yes Ja In dem Buch von Zacharias Zacharias Kapitel 13 Zacharias Kapitel 13 Zacharias 13 von Vers 7 bis 9 Dieses Evangelium ist sehr kraftvoll Es reinigt die Gemeinde Und es macht, dass die Menschen nicht wegrennen Wir müssen zurück zum Herrn kehren Zacharias 13 von Vers 7 bis 9 He says Wake up, O sword, against my shepherd Against the man who is close to me Declares the Lord Almighty Strike the shepherd And the sheep will be skirted And I will turn my hand Against the little ones Und es sagt Schwert, mache dich auf Über meinen Hürden Über den Mann Der mir der Nächste ist Spricht der Herr Zebaoth Schlage den Hürden So wird die Herde sich zerstreuen So will ich meine Hand kehren Zu den Kleinen In the whole land declares the Lord Two thirds will be struck down and perish And yet one third Will be left in it Und soll geschehen In dem ganzen Lande Spricht der Herr Dass zwei Teile darin sollen Ausgerottet werden Und untergehen Und der dritte Teil Soll darin übrig bleiben He says This third I'll bring into the fire I'll refine them like silver And test them like gold They'll call on my name And I'll answer them I will say They are my people And they will say The Lord is our God Und ich will den dritten Teil Durchs Feuer führen Und läutern Wie man Silber läutet Und prüfen Wie man Gold prüft Die werden dann Mein Name anrufen Und ich will sie erhören Ich will sagen Es ist mein Volk Und sie werden sagen Herr, mein Gott Halleluja Er sagt Dass er mit einem Überrest bleiben wird Und er wird den Überrest nehmen Also es ist sehr klein Und sie werden durch das Feuer geführt In anderen Worten Es redet von dem Überrest des Überrestes Und es beschreibt diesen reinigenden Prozess Der Prozess, wo die Gemeinde jetzt durchgehen muss Persönlich Das sind die Tage Um durch diesen Prozess hindurch zu gehen Und wie gehen wir durch diesen Prozess hindurch Vielleicht hat es damit zu tun Dass manche von euch ihre Freunde verlieren Also wenn dein Freund dich verführt Wenn er dich zu Sünde führt Dann bring ihn weg Aus deinem Leben Und es sagt Vielleicht wird es auch Dass du deine SIM-Karte veränderst Mit beinhalten Also wenn dich das zur Sünde veranlässt Dann nimm es und schmeiß es in den Müll Manche von euch Also vielleicht manche sagen auch Wir sind nicht verheiratet Und ich nehme meine Tasche Und ich gehe raus aus dieser Beziehung Die Zeit ist gekommen Dass du deinen Standpunkt bekannt machst Das ist was diese Uhr der Gemeinde sagt Jesus sprach über die Mitternachtsstunde In Matthäus Kapitel 25 Verses 1 bis 13 Also schreib es auf Wir lesen es nicht Matthäus 25 Vers 1 bis 13 Also Matthäus 25 1 bis 13 Und es sagt Das Kommen des Messias In anderen Worten Die Hochzeit des Lammes Es ist wie 10 Jungfrauen Und es sagt 5 waren törich Und 5 waren weise Und es sagt Also alle die gewartet haben Sie wurden müde Und sie sind in den Schlaf gefallen Aber wenn die Stunde kam Für mich Am Flughafen Dachte ich Da wird eine letzte Ansage sein Aber wenn du mir sagst Letzte Ansage Dann muss es so sein Das ist ein ganz klares Englisch Das du weißt Es gab auch eine andere Ansage Vor dieser letzten Aber ich habe herausgefunden Wir haben gesehen Jedes Mal wenn sie es angekündigt haben Das ist die letzte Ansage So hört das zu Es sagt Wenn die letzte Ansage kommt Dann wachen diese 10 Jungfrauen auf Und die weisen Jungfrauen Sie hatten Öl Und sie haben Öl in ihre Lampen geschüttet Die ausgegangen waren Und diese Lampen haben wieder geschehen Aber die Törichten Sie hatten kein Öl Und die Törichten Sie kamen zu den Weisen Und sie haben die Weisen gefragt Kannst du mir helfen mit etwas von deinem Öl? Und die Weisen haben gesagt Nein das können wir nicht Da ist nicht genug für dich und für mich Und du gehst da zu denen Die das Öl verkaufen Und wirst etwas Öl für dich selbst kaufen Und es schockiert Aber wahrhaftig Sie sind zurückgeblieben Und sie wollten das Öl kaufen Denn wir wissen Das Öl ist der Heilige Geist Aber das Geheimnis ist dieses Dass wenn sie gegangen sind Um es zu kaufen Dann kam der Messias In dieser Stunde So was sagt der Herr jetzt hier? Der Herr sagt Nummer 1 Dass diese Vision von der Mitternachtsuhr Es sagt den Nationen von der Erde Wir müssen jetzt zu dem Blut und zu dem Kreuz zurückkehren Das ist die Hoffnung der Gemeinde Nummer 2 Es verkündigt Dass wir jetzt diese Hefe von dem Brot nehmen Nummer 3 Es sagt an Es ist jetzt die Austeilung des Heiligen Geistes Das ist die Austeilung des Öls Ab jetzt Wenn du wiedergeboren bist Dann musst du etwas halten Eine Lampe Eine Jar von Öl Musst du eine Einheit von Öl tragen Versteht ihr mich? Er kündigt auch an Das ist auch die Verteilung von Korruption in der Gemeinde Denn sie sagen Dass diese Salbung die du hast um dich für den Messias vorzubereiten Es kann nicht geteilt werden Trotz dessen kommen Menschen und gehen und sagen Kannst du etwas mit mir teilen und mir etwas geben? Und sie sagen nein Es kann nicht geteilt werden Er sagt auch Dass in dieser Stunde Da werden zwei Lampen in der Gemeinde sein Zwei Lämmer In der Gemeinde Eine Lampe Sie brennt mit dem Heiligen Geist Der beständig ist Die andere Lampe Und sie brennt mit dem falschen Öl Denn die törichten Jungfrauen Sie kamen Haben etwas gekauft Und sind zurückgekommen Was bedeutet das? Dass ich hierher komme Und ich sage Tu Buße, Tu Buße, Tu Buße Denn der Messias kommt Und jemand anderes wird auch hierher kommen Und sagen Keine Angst, bereite dich vor Sie muss Buße tun Also das ist alles was ich gesagt habe Vom ersten Moment wo ich hier angefangen habe Aber wenn du nicht umkehrst Der Messias, er kommt In ein Augenblick Wie ein Augenzwinkern So und dann vorbei Also sei sorgsam Wenn du die Du wirst nicht wissen Wo du dich verbergen kannst Wenn du die Entrückung der Gemeinde verpasst Jeder Jemand wird kommen und sagen Hey, du bleibst auf einmal übrig Dachtest du, du wirst nicht gehen? So ich habe den Bus verpasst Also weil ich habe gewöhnlicherweise In der Bar getrunken Aber du warst immer in der Gemeinde Der Herr hat mir die Erde gezeigt Nach der Entrückung Und es ist schrecklich Du möchtest nicht da sein Also sei sicher, dass du durch diese Tür gehst Halleluja Also hört zu, kostbares Volk Der Messias, er kommt Alles was ich hier heute gesagt habe Hör mir zu zu dem, was ich gesagt habe Seitdem ich hier bin Es ist der letzte Ruf Der letzte Ruf Das ist alles was ich da gesagt habe Ich habe gesagt, letzter Ruf Also komm jetzt hinein Der letzte Ruf Die Bibel sagt Wie es war in den Zeiten Noas So wird es auch sein Zu dem Kommen des Messias In der Zeit Noas Niemand wollte Gerechtigkeit Niemand Niemand Wenn du Gerechtigkeit zu ihnen präsentiert hast Dann haben sie gesagt Nein, wir wollen das nicht Zu der Zeit von Noah Zu der Zeit von Noah According to Genesis chapter 7 verse 16 Dann gehe ich in 1. Buch Mose Genesis chapter 7 verse 16 In Kapitel 7, Vers 16 Und da sagt er Die Tiere, sie sind hineingegangen Also männlich und weiblich von jeder Schöpfung Und sie sagten Und der Herr hat sie eingesperrt Und er hat die Tür zugeschlossen Mit Noah, wo er drin war Und wenn du in Matthäus 25 schaust Was wir gerade gelesen haben Als Jesus über die Mitternachtsstunde sprach Er sagte Als die törichten Jungfrauen gegangen sind Um Öl zu kaufen Denn siehe, der Messias kam Und sie sind hineingegangen Und der Herr hat die Tür geschlossen In der Zeit Ich habe hier gesprochen Wie ich gesehen habe Dass der Himmel geöffnet war Und die Tür offen war Und ich habe den Himmel gesehen Und ich habe die Uhr gesehen Und ich habe den Himmel gesehen Und die Herrlichkeit Und den Himmel Und ich habe die Ringe gesehen Und den Himmel Und ich habe die Wänder gesehen Das bedeutet, dass der Himmel jetzt offen ist Aber wenn die Mitternachtsstunde schlägt Dann wird der Himmel geschlossen Versteht ihr das? So hört mir zukostbares Volk Du kannst sehen, dass die Zeit jetzt vorbei ist Der Herr hat mit der Gemeinde gesprochen Und der Herr sagt Die Zeit ist vorbei Bis zum nächsten Mal reselung Vielen Dank.